Die Visiten mit freundlicher Unterstützung von Emil Frey, Ihres Autocenters Avenwil mit Kia Motors und der Techco in Olten, Ihre Schule für Aus- und Weiterbildungen rund um Technik, Informatik und Wirtschaft. Ha, ich habe dich angeblickt. Hat das schon mal jemand mit dir gemacht? Nein. Wo sind wir? Deadwil. Deadwil. Und weißt du, warum wir dort sind? Hey, wir gehen heute Powerplate machen. Powerplate, das ist doch das Ding, wo du einfach draufstehst. Ich will das sehen, ob das wirklich so gut ist. Aber ich kann es mir vorstellen. Und hier die Angaben von Deadwil. Und du, hey, Kameramann, Schwätschüter, was ist jetzt? Pause. Pause. Hey, sind wir jetzt auch schon in einer Gewerkschaft, oder was? Liebe Zuschauer, kurz Pause. Das ist sicher jemand daheim. Ja, Löhmann, morgen. Telemainz, hallo. Hey, ich bin der Peter, du bist? Jacqueline. Hoi Jacqueline, für die Zuschauer, die Regeln. Ist Telemainz auf ihrem Fernseher unter den ersten Minuten Sender? Können sie ein Jahr im Kiosid GT im Wert von über 35'000 Franken gewinnen? Obendrauf winken Gutscheine für den nächsten Einkauf im Mediamarkt-Oftrigen. Haben sie Telemainz später programmiert? Dann haben sie immer noch die Chance in unserem Schweizerdeutsch-Quiz um das Auto und Gutscheine zu spielen. Jetzt räumt sie noch schnell auf. Jetzt hat sie noch schnell aufgeräumt. Hoi Jacqueline, Peter, hoi. Peter. Das ist der Markus. Schau, Telemainz auf den 26. Kannst wieder abschalten, also dann mal spielen wir ums Auto. Also pass auf. Wir machen immer ein Quiz und da kannst du gewinnen 100 Franken im Mediamarkt-Oftrigen. Und am Ende des Jahres gibt es immer ein Kiosid. Und das Spiel heisst Swiss Comedy Quiz. Jawohl. Ich gebe dir ein hochdeutsches Wort und du sagst es mir auf Schweizerdeutsch. Ja. Anfangsbuchstabe von deiner Lösung ist ein Z, aber das weisst du. Umziehen. Zögeln. Ja. Stimmt's? Ja. Ja. Gut. Die 100 Franken hast du gewonnen. Aha. Das ist gut. Und jetzt geht es am Ende des Jahres ums Auto. Lösungswort hat ein W als Anfang. Okay? Das Schweizer Wort. Ein W. Okay? W wie Wilhelm. Nudelholz. Was sagen wir zum Nudelholz? Was ist ein Nudelholz, ne? Ja, es ist Wallholz. Richtig. Da war das nicht schnell. Okay, stimmt. Wallholz. Jetzt spielt es am Ende des Jahres ums Auto. Das war's. Gar nicht so schwer, ne? Ja. Was heisst hier ja ja. So, guck, jetzt kommt er da hin auf deine Höhe. Ja. 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 Jacqueline, vielen, vielen Dank. Ja. Wünschte eine schöne Zeit. Zweite Wohnung. Schmiedinger. Haldemann. Ja, jetzt. Grüezi. Oh, Peter. Jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir schnell gucken. Wo du Tele-Meisst. Wir finden das aber. Zu meiner Chance. Ja, das haben wir aufgeschrieben. Ehrlich? Jetzt haben wir aufgeschrieben. Ich bin der Peter. Du bist? Peter, Kathi. Kathi, das ist der Markus. Ja. Hoi, Markus. Wollen wir schnell schauen, wo du Tele-Meisst. So, 17. Ja, und da kommt noch Werbung. Ja, das ist immer am Morgen. Ja, aber nur am Morgen. Jetzt kannst du das Auto gewinnen. Ja. Ja, das sind schon fünf. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Das ist gleich. Aber trotzdem machen wir die Frage. Und 100 Franken Mediamarkt aufdringen. Ja. Das ist gut. Ich gebe dir ein Hochdeutsches Wort und du sagst es auf Schweizerdeutsch. Weil das Spiel heisst? Swiss Comedy Quiz. Super. So. Oh, nicht schauen. Oh ja. Die Lösung, das Schweizer Wort ist mit dem E. Dachboden. Sagen wir auf Hochdeutsch? Und auf Schweizerdeutsch? Äh. Oh nein, ich bin noch nicht wach. Ja, mach nichts. E. Oh, Estrich. Ja, eben. Estrich. Komm, ist doch einfach. Also die 100 Franken hast du schon mal gewonnen. Ja, ja. Das Auto, was du nicht gewinnen willst? Äh. Oh, ich mach das ganz schwer. Ehrlich? Ja. Lösung ist mit einem N. Ja. Ist eigentlich, kommt, sagt man vielen ein Apelzell. Das weiss ich. Schlagsahne, sagt man? Niedle. Das hätte sie gewusst. Niedle? Niedle. Ah ja, dann ist einfach Niedle. Niedle oder Niedle. Genau. Weil viele sagen Rahmen. Das war's schon. Jetzt spielt es trotzdem um das Auto. Ist auch nicht schlimm. Ja, gut. So. Ja, dann machen wir schon Usa. Schau. Der kommt da hin. Bestell deinen Mann lieben Gruß. Okay. Und er soll, wenn er schlafen geht, nach dem Fernsehen die Couch aufräumen. Danke. Jetzt gehen wir Power Plate spielen. Auf und hebt den schönen Daumen. Tschüss. Ciao. Dank dir. Tschüss. Liebe Lüt, ich freue mich riesig, weil wir lernen heute Power Plate. Und ich habe extra jetzt einen Fitnesstrainer. Ich danke dir viermal, Andreas, dass ich kommen kann. Du bist hier im Fitness-Parek, Fitnesstrainer? Ja, genau. Seit über einem Jahr. Seit einem Jahr. Und du kennst dich aus mit Power Plate? Ja. Also für dich reicht es. Für mich reicht es. Gut. Das ist? Angelika. Du trainierst mit mir heute. Genau. Ich freue mich riesig. Das Gerät, du stellst dich drauf und fertig. Ja, musst du schon etwas machen. Es geht vor allem darum, die tiefe Muskulatur ansprechen, die ganze Stützmuskulatur vom Skelett und gegen die Vibration zu halten. Merkst du es ja schon. Es tut schon etwas. Das machen wir. Es ist ja Zeit für die dritte Söhle. Also mach das Ding an. Ist das? So, dann nimmst du zwischen die Knie. Wie, der kommt zwischen die Knie? Sammendrucken. Okay. Brust raus. Brust entspannen. Okay. So, läuft das Ding schon. So. Jetzt gehst du noch etwas runter mit dem Gesäß. Hey, das vibriert. Und tiefer. Und klein. Ey, wie viele Vibrationen sind das? Ja, das sind die Zöpfen. 35 Sek. 3, 2, 1, und go. Dann gehst du nachher auf den Ellenbogen. Ja. Hinten auf die Zeche. Ja. Das rechte Bein in die Luft. Anziehen. Schön. Sehr schön. Ziehen. Boah, das vibriert das ja unglaublich. Mit dem Ellenbogen schön Zug auf die Latte geben. Ja. Davon kriegt man einen Jennifer Lopez Arsch. Schneller. Jetzt bleiben wir hier oben. Die Neuen ziehen. Wie? Ah, okay. Und Zug auf die Ellenbogen gehen. Ja, 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 ja. 1, 0, fertig. Jetzt können wir die Linie schützen. Zusammendrucken, zusammendrucken. Und die 1, 0. Laufen. Ja, sehr schön. Und langsam ab. Zusammendrucken, zusammendrucken, zusammendrucken. Und die 1, 0. Und rufen. Ja, genau. 17 Sekunden. Was 17? Sehr schön. Super. Nächste Übung. So. Ich hätte nie gedacht, dass man damit auch arbeitet. Gut? Gut. Dann? Beide anstehen. Oberkörper runter. Ja. Post raus und die Hand lässt. Ja. Nachher ziehen sie. Hinter zusammen. Okay. Mann, du, das ist ja unglaublich. Nicht zu viel Schwung. Ich mache keinen Schwung. Schöpfer. Bleib schön in der Spannung. Nur aus dem Ruppen. Ziehen. Ja. Auch schön. Ziehen. Ziehen. Um. Ja, genau. Ohne Schwung. Bumm. Dunnen bleiben. Sehr schön. Super. Ich dachte, du bist auch nass. Du nimmst nicht auf, ne? Drei. Dann nehmen wir doch nicht. Zwei. Eins. Und. Andreas. Dank dir für mich. Das ist ein Workout. Du hast genauso geschwitzt wie ich, habe ich gesehen. Okay. Hey, mach das unbedingt. Das ist ein toller Sport. Ein toller Workout. Falls ihr auch ein verrücktes Hobby habt und eine Leidenschaft. kein Powerbred. Ihres Autos haben wir so eine Weile mit Kia Motors.